in Watford im Kabau Cup und es gibt eine erste Transferverkündung, es gibt einen Neuzugang, aber erst für kommende Saison. Es gibt eine neue Meldung, mir Saga kann teilnehmen, wird hier ein Randhasten in diesem Kabau Cup mal spielen. Eben auch, weil Willi gesperrt ist, trifft sich das ganz gut, ja. Kramaric wird jetzt eben hier auch ersetzt, also wird hier jetzt diesen Platz einnehmen, Atanga ist ja auch weg in der Reserve, Kai übernimmt die Position und Okara ist jetzt auf der rechten Seite. Dort erwartet man sich jetzt hier eher, muss man sagen, das Spiel daheim, will man es jetzt mit der Reserve nicht zu hartragen, und dann geht immerhin, verlieren will man es nicht. Oh, 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 oh. Und da ist der Pereira. Neu Minuten spielt. Außerzreffen kassiert. Und Kapitalausgleich. Stark. Streichgang,ений. Total gern Quando. Ich kann mich das sehen most. Oh, Peppa. Oh, Peppa. Oh, Peppa. Oh. 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 Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Und der Doral Rossi, noch weiter Spur ins Flug. Oh, den hat er ja schon gehofft, ne? Ja, wurscht. 2-2. Wurscht. Das ist ein wenig. Ich bin natürlich nicht so gut aufgetan. Ich bin nicht ganz so gut aufgetan. Ich bin nicht so gut aufgetan. Ich bin nicht so gut aufgetan. Das war's, wir sehen uns beim nächsten Mal bis zum nächsten Mal, ciao.